Also mein Name ist Lisa Langmusch, ich bin 22 Jahre alt, arbeite bei der Firma Walzer, mache da meine Ausbildung als KV Field Lob Marketing und bin da jetzt im dritten Lehrjahr. Das ist eigentlich ein ganz normaler Bürojob, aber zwischendurch bin ich ja auch mal im Lager oder in der Werkstatt und schaue einfach mal nach dem Rechten. Die Firma Walzer ist ein Kundendienst für verschiedene Hersteller. Es gibt halt ganz viele Kunden, die anrufen, die irgendwelche Bestellungen haben. Wir beraten ihn bei Ersatzteilen, bei den kompletten Geräten, bei Reparaturen. Um für diese Ausbildung der Richtige zu sein, ist auf jeden Fall wichtig, dass man kontaktfreudig ist, offen und natürlich gerne mit Menschen kommuniziert. Natürlich ist dann auch wichtig, teamfähig zu sein, weil wir arbeiten im Großraumbüro und ich denke, Fremdsprachenkenntnisse sind vom Vorteil. Ich habe mich für den Beruf entschieden, weil ich einerseits eine kleine Quasselstrafe bin, sehr gerne telefoniere. Andersrum bin ich aber auch so eine Person, die gerne alles organisiert hat und die Kombination aus beiden ist für mich perfekt. Infos zu diesem und weiteren Ausbildungsberufen findet ihr unter www.walzer.de